... die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere Blindlings der Wahrheit folgen, bedenke. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenke. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Komm, es gibt viel zu tun. Bist du bereit. F- Untertitelung des ZDF, 2020